Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum Hardware-Video des Ligavo 3050020. Die Anleitung packen wir mal weg, die brauchen wir nicht, ist im Prinzip auch selbsterklärend. Ich mache es eigentlich mal wieder mit, den Kabel hier mit überprüfen, aber da habe ich bis jetzt bei Ligavo nie Probleme gehabt, die sind immer ausreichend lang. Mal rauszoomen. So, gucken wir uns mal an. Ich habe die Arme auseinander und hängt immer noch so ein bisschen durch, also ist ordentlich Kabel da. Auch wieder CE geprüft, GS geprüft, TÜV geprüft, hinten auch wieder die Nummer drauf und nochmal CE und das, was nicht in den Müll schmeißen sollen. Von hinten auch wieder nicht in den Müll, CE und hast du nicht gesehen. Auch hier so die Kanten wieder leicht abgeschrägt, hier vorne sind die Schrauben, keine scharfen Eckenkanten oder so. Die Seiten sind schwarz, vorne haben wir da Knöpfe, da Eingänge, da nochmal erklärt. So, war ein bisschen schnell, aber wir gehen ganz sachte vor. Auf der Vorderseite, ja, das ist jetzt nicht zum Stellen, das ist jetzt einfach nur, damit ihr mal eine Übersicht habt, was er kann. Hier oben haben wir natürlich Ligavo, die Modellnummer haben wir, hier unten die drei Punkte wieder und hier haben wir dann zum Beispiel HDMI Upscaling, also hochskalieren. 480i in 4K 30 Hertz, 576p in 4K 60 Hertz, 720p in 4K 60 Hertz, 1080i in 4K 60 Hertz, 1080p in 4K 60 Hertz und jetzt passt auf, 4K 30 Hertz in 4K 60 Hertz. Ja, das geht alles. Jetzt kommen wir zu der Seite mit dem Abskallen. Also der, also DVI macht, also wir haben hier nochmal einen DVI Umschalter. Ach, da, okay. Okay, haben wir einen DVI Umschalter, okay. Ach, dafür geht, ah, da haben wir den Output. Input, Output. Ja, da hätte man natürlich den USB natürlich auf die andere Seite machen können und beim Output auch den Output für Sound machen können. Das wäre jetzt so ein kleiner Denkanstoß, aber, ähm, das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau, weil das Ding liegt ja sowieso hinter der Schrankwand. Also, sorry Leute, aber das ist wirklich, also, weil hier ist Input, da ist Output, ja, und hier hinten ist alles Output, also, naja. Ähm, jedenfalls, ähm, DVI 720p 60 Hertz in 1080p 60 Hertz. So, dann macht er 4K 30 Hertz in 1080p 60 Hertz in 720p 60 Hertz. 1080p 60 Hertz in 720p 60 Hertz. Also, da ist für jeden was mit bei. Okay, dann haben wir, äh, nochmal Set plus minus ist ein Knopf und DVI. Die sind hier silbern gehalten, finde ich sehr schön. Haben auch einen angenehmen Druckpunkt, ja. Und dann haben wir hier noch eine Leuchte, dann haben wir hier noch ein USB. Service Port ist das. Ah, okay, kann man Updates machen oder sowas. HDMI Out. Auf der anderen Seite, wie gesagt, HDMI In und den Toxling und Strom. Ähm, wir haben hier keine scharfen Ecken, Kanten, noch irgendwas dergleichen. Es ist wirklich sehr gut verarbeitet, sieht optisch auch gut aus. Ich mag Metall. Könnt ihr mich für angucken? Die meisten schwören ja auf Plastik. Sorry Leute, da kann ich nicht mit dienen. Ich mag, ich mag das Metall einfach. Tut mir leid, ja, aber ich mag es einfach. So, und dann würde ich sagen, wartet jetzt auch. Dann würde ich jetzt sagen, wir fangen jetzt als nächstes mit dem Hardware-Video an, wo wir den 30800 01 testen werden. Und danach werden wir den noch machen und dann werde ich noch ein Video machen, wo ich erkläre, wie ich es gemacht habe und warum. Bis dahin verabschiede ich mich. Peace, ahoi, sagt euer Odin.